Frau Faeser, Sie sagten gerade, soll jetzt im Wahlkampf nicht beschädigt werden. Also Frau Faeser ist ja komplett beschädigt. Sie ist für den größten Kontrollverlust der letzten Jahre in diesem Land als Innenministerin verantwortlich. Das ist richtig. Der auf allen Ebenen, Kommunalpolitik, Bundespolitik, ein Chaos verursacht hat und verursacht, was seinesgleichen sucht. Also dass diese Frau überhaupt noch die Chuzpe hat, in diesen Wahlkampf sich zu begeben, ist ja eigentlich mehr als erstaunlich. Und ich frage mich eigentlich jeden Tag, was muss noch passieren, damit Frau Faeser endlich ihr Amt zurückgeben muss.